Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir abführen Kollegen die Rüstung auf plus 15, denn er hat eine richtig schöne Widerstand-Mob-TP-Rüstung mit einer richtig schönen hohen Dev-Anzahl. Also die ist mega nice geworden, er ist Masu und ich sollte ein paar magische Steine für ihn draufziehen, was leider nicht so gut geklappt hat. Aber wir machen natürlich noch ein paar mehr, dafür musste er ein paar Mondsteine nachkaufen. Und ja, ich habe die magische Steine halt ihm für 7 Won pro verkauft, denn ich brauche dann auch ein bisschen Won, um ein bisschen was herzustellen, zu upen und so weiter. Aber dazu später mehr im Video. Nochmal ein paar Trys dann drauf hier, mal schauen, ob wir die Rüstung für ihn auf 15 kriegen, aber dennoch ist das glaube ich eine richtige Zicke. Bei ihm sind auch schon über 50 Trys zu dem Zeitpunkt drauf gewesen. Aber naja, manchmal will eine Rüstung, manchmal will sie nicht. Ich habe ja auch damals bei meiner Sucherrüstung 108 oder 106 Versuche oder sowas gebraucht, auf plus 15 alleine. Also manchmal kann es eine richtige Zicke sein. Ich glaube, die Chance liegt bei 5% für einen erfolgreichen Up. Ansonsten jetzt hier nochmal die letzten magische Steine soweit drauf und mal schauen, ob da noch einer von klappt. Noch 4 Stück, noch 3, come on, gehe für ihn auf plus 15, auch 4 geschlagen, 2 Stück noch, dann sind alle magischen Steine weg. Letzter und auch nicht geklappt, tut mir leid für dich, ich hätte sie gerne auf plus 15 für dich gehabt. Dann ansonsten habe ich hier noch ein paar Kors und so weiter gehabt von Silbernen und Okayes. Die wollte ich euch zeigen, bevor ich dann hier anfange zu öffnen. Ich habe die dann für euch natürlich wieder geskippt, weil keiner will sehen, wie ich da 1000 Thronen durchklicke. Und hier seht ihr jetzt nochmal die letzten Thronen, die ich dann aufmache. Magische Steine kamen an sich relativ okay raus, also es war ein unter 5er Schnitt, äh unter 6er Schnitt. Ich sage immer, ein 6er Schnitt ist in Ordnung bei den Thronen, ansonsten ist es halt schlecht. An, ja gut, die magischen Steine habe ich dann genutzt, um meine Deutsche weiterzuordnen. Ähm, ja plus 8er Trice hier. Da ist er auch schon oben, also, was soll ich sagen, diesmal war es einfach gut. Bei der Glocke hat es rumgezickt, hier war es super easy. Mal schauen, wie viele Trice wir auf plus 9 benötigen. Zwei Trice sind schon drauf, aber wie gesagt, zwei Trice auf plus 8, das ist halt mal wirklich geil. Da kann ich mich nicht beschweren. Den 7er Try habe ich leider Gottes nicht aufgenommen, also sorry nochmal dafür. Habe ich einfach irgendwie komplett verpeilt. Aber ich glaube, das waren auch nur 3 oder 4 Versuche. Also, das war nicht viel. Und der wichtige Try, sie sind ja die 8er und die 9er, also. Ich will die Deutsche auch vorübergehen, erstmal auf 9 lassen. Ich werde ab und zu mal vielleicht einen 10er draufziehen, aber das ist jetzt nicht Priorität Nummer 1, dann die Deutsche auf plus 15 zu ziehen. Ich will sie erstmal auf plus 9 haben. Die haben aber trotzdem sehr oft gefällt, was ziemlich ärgerlich ist. Aber das ist halt nun mal manchmal so. Dann nochmal ein paar Trice für den Kollegen auf plus 15 bei der Rüstung. Yay, ich will sie unbedingt wirklich hochziehen. Das war für mich einfach so eine Sache. Ich will das Ding hochziehen und ich wollte, ja, ja, an sich gesehen, wollte ich das Ding einfach auf 15 ziehen. Aber bis jetzt war es halt einfach nicht erfolgreich. Ich habe mich gerade, glaube ich, einfach wiederholt. Ist auch egal. Die Rüstung will einfach nicht. Es tut mir so, so leid. Aber das ganz, der positive Punkt dabei ist halt, ich kriege ein bisschen Won wieder rein und, ähm, ja, kann damit halt die Materialien kaufen für die ganzen, ähm, für die Schlangen, Dolche und halt auch für Rüstungsherstellungen später. Das war nämlich der Plan in dem Video. Bis jetzt, ähm, ja, die Switcher wieder auf den Zodiac-Bung lief nicht so berauschen. Der will halt einfach nicht, das habe ich euch im letzten Video schon gesagt, das Ding ist verflucht. Das ist einfach so. Die Verzaubern-Plus sind wieder auf ein verdammtes Schild gewandert. Immer noch 10 HM 15 Blocken oder halt sowas wie AGO 12 Stärke 15 Blocken. Das sage ich, glaube ich, gefühlt in jedem Video. Also, 8 Stärke regt mich halt übel auf. 5 Halbmenschen regt mich übel auf. Da möchte ich halt einfach Besseres. Deswegen ziehe ich da immer die Verzaubern-Plus drauf. Wieder ein paar schimmernde Muscheln aufgemacht, weil schimmernde Blutrote zu dem Zeitpunkt einfach über 25 Kaka das Stück gekostet haben. Und das habe ich nicht eingesehen, weshalb ich halt selber Schimmermuscheln aufgemacht habe. Und die waren an sich ganz okay. Man sagt immer 100 Schimmermuscheln, eine weiße. Den Schnitt habe ich gut erfüllt gehabt am Ende. Und ja. 6. 7. habe ich dann auch noch hinzugefügt bei den Deutschen. Der erste Boni war Crab. Und der zweite Boni hat auch geklappt. Der ist schön, das ist schön, das ist schön. Und er ist auch Crab. Ja, perfekt. Ich liebe es. Kleine Segnung hatte ich ja dann auch über. Da hat direkt die erste geklappt. Und die zweite auch. 10% Chance? Kann das bei meinem Atten so sein? Was soll das? Auf jeden Fall zweimal hintereinander. Und da ist der nächste, der geklappt hat. Also das war wirklich eine heftige Quote, die da hintereinander geklappt hat. Aber bis jetzt ist noch nichts drauf. Die Schlangendolche ist eine richtige Zicke, was das angeht. Auf jeden Fall. Also Switchen wird mich noch einiges kosten. Dann habe ich mir noch einen Onyx angeschafft. Für meinen Ninja. Einen perfekten Brilli für 250 von Toppreis. Ich will mir da keinen Echse einbauen. Ein perfekter Brilli reicht mir voll und ganz. Also es wird kein kompletter Exterring. Das ist glaube ich der einzige Brille, die ich einbauen werde. Ansonsten wollte ich noch eine TP-Doppelmob-Schlangenrüstung haben. Da habe ich einige hergestellt in der Hoffnung, dass da vielleicht was bei rumkommt. Wir schauen uns die jetzt natürlich noch fix an hier. Es sind, der Schnitt war glaube ich gar nicht mal so gut. Weiß ich gar nicht mehr. Hier haben wir eine richtig ärgerliche, hohe Dev-Wert. TP ein bisschen höher und ein Monster. Wieder typisch. Brauchen wir nicht. Ist zwar ein bisschen mehr wert. Also die kriegen wir verkauft für 5 von oder sowas. Aber ansonsten, es ist halt einfach Bruch. Wieder das gleiche Spiel hier. Ein Monster, hohe Dev-Wert. Einfach nur ärgerlich. Ich will aber 2 Mob. Und was soll ich sagen? Da habe ich sie auch schon. Also TP, 2 Mob. Mehr will ich gar nicht. Dev-Wert ist mir persönlich fast egal. Also ich hätte natürlich lieber schon eine hohe gehabt. Aber ganz ehrlich, ich brauche die Dev bei dem Ninja nicht wirklich. Deswegen reicht einfach eine TP-Doppelmob-Rüstung. Und der Dev-Wert ist da halt einfach fast irrelevant. Deswegen, wir schauen trotzdem mal durch, ob wir vielleicht noch was Interessantes kriegen hier. TP-Bewegungsspeed. Vor allem Minus-Bewegungsspeed, was ich überhaupt nicht verstehe. Widerstand Blut-Monster. Und 2 Mob 1 TP wiederherstellen mit Crab-Dev-Wert. Dann habe ich natürlich gesagt, ich habe die Rüstung hier hoch. Ich habe viel vorbereitet. Einige Schmiedehandbücher am Start gehabt. Und die Rüstung wollte ich einfach mal fix so mindestens auf plus 9-10 ziehen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen werden. Bis jetzt lief es verdammt gut auf plus 6. Leider fehlgeschlagen. Aber es ist ja halt auch noch der Anfang hier. Also was heißt verdammt gut? Bis plus 4 ist 100% gewesen. Simpli läuft bei dir. Und ja, plus 7 ist es schon. Bedeutet jetzt nur noch magische Steine. Denn ich habe keinen Bock wieder das ganze Ding auf plus 7 zu ziehen. Deshalb ziehe ich da jetzt noch magische drauf. Auf jeden Fall plus 8 war auch richtig easy. Mega nice. Und wir können jetzt einfach magische Steine drauf. Ihr seht, ich habe schon wieder über 180 magische Steine da liegen. Und die magischen Steine haben wir ja im letzten Video gezogen. Da wisst ihr ja, haben wir uns voll und ganz auf die OK-Trunen fokussiert. Das waren ja echt einige, die wir da aufgemacht haben. Und die nutzen wir halt jetzt für die Rüstung, um diese hochzuatmen. Da bin ich mal gespannt, ob die überhaupt reichen werden bis plus 15. Weiter geht es dann hier. Come on, mach die Rüstung auf plus 9, damit wir sie auf plus 10 ziehen können. Perfekt, plus 9. Und jetzt bitte noch der 10er-Trial. Wir haben noch einige schimmernde Weiße am Start. Und ich hoffe mal, das Ganze reicht. Wäre auch geil, wenn das sogar reichen würde für plus 13er-Trial. Also das wäre mal wild. Aber ja, plus 13 und ich und plus 10 und ich sind halt keine Freunde. Das sieht man halt auch jetzt ganz gut gerade. Und ja, bis jetzt immer noch nicht auf plus 10. Er frisst die magischen Steine hier. Er frisst sie komplett runter. Und Gott sei Dank plus 10. Wir haben noch 12 Schimmer Weiße dann über für den 13er-Trial. Das ist sehr nice. Aber man muss halt auch mal so sagen. Mal eben kurz eine Rüstung hier auf plus 10 zu haben. Das macht auch nicht immer jeder. Das ist halt auch so eine Sache, das ist schon ziemlich teuer. Und ich knalle einfach mal eben fix ein paar magische Steine drauf. Kann man ja mal machen, würde ich sagen. Plus 11 hat dann auch relativ gut geklappt. Wenn man überlegt, die Rüstung ist auch blank. Damit ist nichts passiert. Ich habe die vor 20 Minuten zu dem Zeitpunkt hergestellt und sie ist jetzt einfach schon plus 11. Das war einfach geistkrank. Ich habe natürlich im Vorrein, im Vorhinein heißt das, glaube ich. Wie heißt das? Keiner, ihr wisst, was ich meine. Habe ich halt schon alles vorbereitet mit den Schmiedehandbüchern. Nur damit ich sie am Ende nicht benötige. Supergeil. 33 Schmiedehandbücher liegen da jetzt noch rum und ich benötige sie nicht. Also, ja, ich verkaufe sie am Ende einfach für 2 Won oder ich lasse sie liegen, falls ich mal selber wieder welche benötige. Aber ansonsten, ja, ist halt ärgerlich bei so einer hohen Vorbereitung. Plus 12 ist bis jetzt eine Zicke. Mal gucken, vielleicht geht sie ja noch in dem Video hoch und da ist es auch schon. Plus 12, gerade redet man darüber und schon ist sie hochgegangen. Easy. Jetzt bloß 13. Mein Lieblingsstrike. Geht sie noch hoch hier? Da bin ich gespannt. 8 Schimmerweiße haben wir noch. 7 haben wir noch. Sie will nicht. 6, come on, bitte. 5, 4, 3, ei, 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 geh hoch. 2, bitte. 1 und der letzte. Nein, ich muss schon mal Weiße nachkaufen, aber ja, nicht mehr in dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da und Kommi. Ansonsten, falls ihr auf Tiger spielen wollt, ihr wisst Bescheid. Tiger Scots gibt es in Discord. Anmelde Link von mir und in der Beschreibung. Out da rein. Euer Simply. Ciao Freide.